JobForce aus der Community hat für euch Presets bereitgestellt, unten in der Beschreibung sind diese verlinkt und du kannst sie dir gerne angucken. Du solltest allerdings vorher die Real Shadow Views und die Audio Waveform in Reaktor aktiviert und installiert haben, um diese Presets nutzen zu können. So und jetzt zeige ich dir welche es gibt. Es gibt einmal einen simplen Audio Reaktor, den du austesten kannst und es gibt noch zwei Effekte, die ich ziemlich cool finde. Zum einen ist es eine TV-Emulation von 1940, also richtig hornalt, schwarz-weiß Bild und so weiter. Und zum anderen ist es eine simple Ein- und Aus-Animation von einem Pixeltext. Wenn du auch Presets für die Community hast, dann schreib mich doch einfach an. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.